Wir wissen, dass unser Gott der höchste Gott ist. Der höchste Gott dieser Welt kann sich, braucht sich, niemanden unterzuordnen. Jetzt haben wir aber Probleme mit der Schrift, denn über Jesus stehen mehrere Verse über seine Knechtschaft. Wir müssen vorab natürlich klarstellen, dass Knecht für uns zwar heute negativ geprägt ist, aber damals gerade ein Ausdruck von vollkommener Abhängigkeit war. Und dementsprechend ist es für uns keine Schande, sondern eine Ehre, ein Knecht Christi zu sein, wie Paulus es war, denn wir in kompletter Nachfolge, in kompletter Hingebung gegenüber unseres Herrn sind. Ich möchte ein prophetisches Wort über den Messias vorlesen, aus Jesaja 42, Vers 1. Siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Ja, an dem meine Seele wohlgefallen hat, das sind sehr bekannte Worte, die wir bei Jesu Taufe hören, wo Gott sagt, das ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Aber ich möchte eigentlich den Fokus legen auf, das ist mein Knecht. Und das spricht Gott, der Gott Israels, der Höchste, der Gott der Götter, über den kommenden Messias, den wir erleben durften, über Jesus Christus aus. Ein weiterer, ebenfalls prophetischer Vers ist in Jesaja 53, Vers 11. Mein Knecht, der Gerechte, ein unglaublich großer Titel, den Jesus hier bekommen hat. Der Gerechte, der viele gerecht machen wird. Amen. Gott sei die Ehre dafür, unglaublich, dass wir in dieser Zeit leben. Und ich wünsche mir, dass wir immer mehr verstehen, dass dieser Gott, der seinen Sohn gegeben hat, seinen Sohn wirklich gegeben hat und nicht Mensch geworden ist oder sonst irgendwas. Dass wir Gott mehr erkennen und dafür die Dreieinigkeit mit Sicherheit nicht brauchen, die ist da absolut kontraproduktiv. Ich lese in diesen zwei Versen nichts von der Dreieinigkeit. Du etwa? Ich möchte aber auch aus dem Neuen Testament einige Verse vorlesen. Apostelgeschichte 4, Vers 30, in denen du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes, Jesus. Wenn wir Jesus verstehen wollen, wenn wir Jesus die Ehre geben wollen, dann müssen wir verstehen, wer er ist. Und hier steht, dass er der heilige Knecht Gottes ist. Die Unterordnung, die Jesus gegenüber Gott hat, wird eben auch klar in 1. Korinther 11, Vers 3. Dort steht, Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Ist Jesus Gott? Gott als Knecht? Schwierig. Bleibe doch einfach bei der Bibel. Jesus, Gottes Knecht, Gottes Sohn, dein Messias, mein Messias, unser Herr, aber nicht unser Gott. Amen.